Leute, was geht? Mein Name ist YouTube... What the fuck? Ah, Gamescom auf der Playstation 3. Jo, wenn du Yandelay guckst manchmal, dann siehst du hier das. Äh, ja, warte mal. Yandelay und Udo... Peter Maffay. Dann ne, wie hieß der? Dann haben wir Udo Lindenberg, glaub ich. Ja, haben die halt diesen Song da gemacht. Guck mal, der Name hier. Zur Ritze. Cool, oder? Ja, da muss man mal hinlaufen, komm. Hier, das ist ja mal der neuen Schuh. 5 Euro, die gekostet. Original-Nike. Ja, mal gucken, wenn man hier alles so trifft. Huuuuh. Ne, mal anfassen. Soll ich anfassen? Oh, guck mal, ich wollte einmal hier das anfassen. Was ist das, was hier steht hier? Dies ist eine Rauchhaarkneipe. Aha, okay. Udo Lindenberg, hallo. Okay, Udo Lindenberg ist nicht da. What the fuck? Alter, was ist hier los? Angriff von oben, oder was? Wie viele Sekunden haben wir schon aufgenommen? 55 Sekunden. Also, richtig geiler Name hier. Mamma Mia. Hier, komm mal mit hier. Komm mal mit. Hey, moin moin. Hey, der junge Zöcker. Ich bin der junge Zöcker. Renn mal, renn mal. What the fuck, Alter. Ciao, Leute, bis dann. Ich lauf jetzt weiter zur Reeperbahn. So. Ich hab ja noch ein bisschen aufzunehmen. Ich wollte eigentlich zwei Minuten aufnehmen. So. Jetzt zeig ich euch nochmal hier die Reeperbahn. Und da ist ihr Beitrag. Wir sind am Tag, Leute. Und ich sag auf jeden Fall Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer W2Gangsgob auf dem PlayStation 3. Und fast danke nochmal für fast 1000 Abonnenten. Jo. Ciao. Ciao. Ciao.